Ja hallo mein lieben Zuschauer herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Battlefield 4 hier auf meinem Kanal. Dankeschön, dass wir wieder eingeschaltet haben. Wir spielen immer noch Eroberungen, diesmal auf Operation Spinnt. Wieder eine Karte, die ich noch nicht kenne. Sieht ziemlich winterlich aus. Ich geh mal rein. Verdammt, ich wollte doch eigentlich als Achbote, hier braucht man ja eigentlich nicht als Chemie, ich will mal über das Panzer zurecht sein. Hier ist ein Versorger wiederum ganz gut. Und weil MG und, äh, die wir sehen. Achtung, ich freu mich zur Nase! Lohm, jetzt mal los! Warum hat der den Kanade geschmissen? Komm, das ist nicht so schön. Wingen die Rufe, Mann! Oh, Metalldetektor eigentlich verbrochen. Wir haben wohl ein bisschen zu viele Teile gewonnen. In Deckung, die Wasserflache frei! Hier, deine Kugel! Hier, deine Munition, Mann! Was? Ich hatte eine Granate! Was ist denn? Was ist denn? Ah, Mann! Ich hatte eine große Kugel, Mann! Was war? Hier, der Schuss, unser! Ja, deine Kugel, Mann! Es gibt doch echt Leute, die spielen hier mit Panzerfeier. Was ist denn? Ich bin jetzt eigentlich schon echt der Drücke. Ich bin jetzt übrigens nicht der Drücke gewonnen! Ich bin sonst nicht der Drücke! Aber das ist der Drücke! Falls bitte ich nicht das drücke! Sturmsoldat mit dem AK-12. Was anderes haben wir hier noch nicht. Ne, die PDW. Achso, ne, das ist der Sturmsoldat. Was anderes haben wir hier noch nicht freigeschaltet. Deswegen nehmen wir den Sturmsoldat. Da habe ich nämlich schon den Defi freigeschaltet. Das erste, was ich gemacht habe. Hast du nun auch zu mir einen Medic. Nächsten würde ich nur Medic spielen. Nachteil ist, dass die anderen Charaktere natürlich auch ein paar Waffen freischaften haben. Natürlich bestimmte Waffen nicht. Das müsste so einen Soldaten geben, mit dem man alles spüren kann. Das ist alles frei, aber schrecklich. Das ist mir gerade mal ein Kassi. Das ist mir gerade mal ein Kassi. Buhereара, Antrinileri! Behardtulsive, Erfolg! Buherearla! Geheberachtensverlager,hilfe! Igndegree! Z Customer 2, Triple Net Nein! Wir stehen da oben in dem Turm drin! Was geht das denn? Das denn? Da bekomm ich die doch nie raus! Da bekomm ich die doch nie raus! Da muss ich unbedingt noch die Punkte für das große Medikitspaket freischalten! Tor AB gehört aus... ...PD E des... ...Gegner Hans... ...Gegner Hans... ...Gegner Hans... ...Motorilus... ...Gener Carolina ist nicht zu kaufen... Zulline... ...ichaam... ... Horrorblatt... ...Masiger Strom, Sie sagten dann... ...Sinn... ... Voyends haben wir den auch noch nie gelingt... Ich hab einen mitgenommen in den Tod. So, wo kann ich denn legenderweise rausbauen? Wow! Es hat doch keiner das Piepen vom Metalldetekt gemacht. Ralf the Killer! Jetzt einsatz die Delta! Halt! Halt! Anfänger, weiß. Einzertienziel Alpha ist verloren. Holla. Holla! 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 Das ist doch welcher. Das ist der Scheisserepplepp os man? Das ist die Letzte. Geht das wegen hier! Das sagt kein weiter! Ich rufe Hilfe verdammt! Hilfe! Wir haben einen verletzten! Komm! Ich bin schon weg! Perfekt. Ah, das war doch mal gar nicht. Das ist scheiße. Also man merkt schon im Verschied. Aber da ist es schon mit Stick zu spielen, das ist schon echt schwierig. Ich habe ihn nicht schnell genug gewählt. Da unten. Ja, aber ich habe noch einen Effekt mitgenommen. Das konnte mich noch wehren. Nein, lecker ab. Das ist Spaß, du bist so kaputt. Guck mal, da liegen sie. 1, 2, 3, 4. Alter, was geht denn hier ab? Hier geht es um einen Fakt. Dann geht es um einen Fakt. Ich werde noch eine Fakt. Hm, es hat einen Fakt. Oh, ich mache ein Fakt. Sie ist das ein Fakt. Ich bin seine Käse, aber aufzunehmen. Nein. Alter. Ah, fuck. Der liegt da. Das ist so kotze. Das sind so Camper, die machen einfach... Ja. Wieso? Banade! Ich hab deine erste Hilfe für dich. Die erste Hilfe ist unten. Da. 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 Aber schon wieder. Staubsauger 13. Bist mein persönlich erklärter Feind. Was geht denn da unten ab? Alter, was geht denn da unten ab? Guckt euch das Wagen da unten! Wir haben Einsatzziel Delta erobert! Da kann ich natürlich nicht durch. So, mit dem Knopf nahe ich natürlich raus. Eieieiei, ich denke, dass ich noch eine Weile brauche, um das zu kannst. Das kann man jetzt auf jeden Fall spielen. Ich werde dabei sehen, wie sich das aus dem Wagen passt. So, 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 so. Einsatzziel Echo wurde neutralisiert. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, 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 so. So, so. So, 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 so. Alter, was geht denn hier ab? Alter, was geht denn hier ab? Alter, wo kommt der denn her? Da liegt ich noch. Aufpassen, den Körnern fertig! Ich hab deine erste Hilfe! Hier ist dein Medikettmann. Einsetze, der Wetter wurde materialisiert! Was ist denn da so? Achtung! Einsetze, der Charlies wurde erobert! Der Sniper hat das jetzt nicht so verschwiesen. Ah, verdammt. Du hast einen Körner, das ist ein Körner. Hier, das Medikett! Hier drüben ist deine erste Hilfe! Da ist dein Medikett! Einer unserer Leute hat was abgekauft! Hier ist deine erste Hilfe! Ich hab deine erste Hilfe! Ja? Danke, Don. Ich würde dir machen. Wow! Fick! Kopftreffer-Bonus! Oh, da liegt einer raus! Wir haben die Kontrolle. Über eins am Ziel Delta. Wir haben die Kontrolle. Boah! So, dankbar! Wie ihr seht, halte ich mich ein bisschen sorglich. Ich werde mich nicht immer als Erster raus. Wir haben gerade die Kontrolle. Über eins am Ziel Delta. Wir haben die Kontrolle. Über eins am Ziel Delta. Das ist auch nicht der Stoffsoldater, sondern das ist der Medik. Der sollte erst in dritter, vierter Reihe laufen, um dann die Leute wieder aufzustellen, wie ihr ihn gesehen habt. Was, wenn es gut läuft, ähm, gut läuft. Aber es muss gut laufen. Das heißt, ich lasse mal eins, zwei laufen. Komm, ich laufe. Oder ich baue Scheiße. Die ganze Zeit. Da fass ich alle raus. Ich hab ihn doch nicht wieder geholt. Was ist das für eine Scheiße? Wir haben die Kontrolle. Über eins am Ziel Delta. Hier, das Medik. Ups, zwei, eins noch raus. Lassen wir die alle halten! Wir haben Einsatzziel Alpha neutralisiert. Dann geht hier mal wieder vorne weg. Sgen wir nicht so gut hier. Ist auch einer gewesen. Einer ist dort oben. Einer ist jetzt unter Unterbera-Kontrolle. Ich schalte dich ein Bastard, ihr Sau! Mach das! Die erste Hilfe ist unter dir. Nimm! Was ist das? Was ist das? Gut, ja. Einsatztiefel Echo wurde reingaliert. Hier ist ein Mediket-Mann. Die erste Hilfe ist unter dir. Nimm! Einsatztiefel Echo ist jetzt unter unserer Kontrolle. Wie geht's weiter? Ich folg dir nichts an. Das ist ein Mediket. Da ist dein Mediket. Da ist dein Mediket. Pass auf. Ich muss endlich die großen Medikets freischalten. Feindlicher Sondant gesichtet. Klar gesichtet. Mit der Panzerfaust wurde da umballert. Ich glaub, hab ich sofort bestanden. Nein, die will ich nicht durchlaufen. Nein, da haben wir heute losgefahren. Nein, das Ziel Charlie wurde neutralisiert. Kacke, da kommen sie! Scheiß, gut. Das ist ein Leser. Da ist eine Granade im Raum. Oh, danke, dass ihr die Maul anbekommt. Einsatztiefel Echo ist jetzt unter unserer Kontrolle. Ja. Ich bin nervös. Das soll es doch sein. Scheint doch der Blut sein. Nein, das ist ein Gegner. Wie geil war das denn bitte? Mein Defi-Kill. Ich habe gerade einen Defi-Kill gemacht. Oh, krass. Also es macht wesentlich mehr Spaß als Call of Duty, muss ich sagen. Hallo. Oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. es gibt eine Sekunde länger und ich hätte ihn wieder hochgekriegt ich hätte ihn wieder hochgekriegt ich komme mit dieser scheiß Tastengelbe das ist der Wäschling des Landes es ist wie gesagt es ist Kameras verrufen hier ist deine erste Hilfe Da ist der Nächste. Hier drüben ist deine Erste Hilfe! Ich hoffe, dass kann ich nicht mehr da kommen. Hier ist deine Erste Hilfe, Mann! Hier ist deine Erste Hilfe, Mann! Ich bin bereit! Hier ist dein Medi-Kit! Das läuft gerade ganz gut! Da ist dein Medi-Kit! Los jetzt auf! Hier kommt das Medi-Kit, Kumpel! Da ist dein Medi-Kit! Da ist dein Medi-Kit! Hier ist deine Erste Hilfe! Wie ist deine Erste Hilfe? Wer solltest? Was solltest du hier denn? Hier läuft doch noch feinand! Hier ist deine Erste Hilfe. Hier ist deine Erste Hilfe! Die Erste Hilfe ist unterliegt! Leben gut! Die erste Hilfe ist unterliegt! Na, die erste Hilfe sind unterliegt! Ich habe deine Erste Hilfe! Ja, ich kann hier nicht mehr. Ich weiß, ich kann hier nicht mehr mit der Macht zugs, aber... ...nachsbreit... ...duh, ich kann hier nicht mehr. Gott, ich kann hier nicht mehr. Leute, da müssen wir noch die 10 Sekunden warten. Das war zu mutig. Das war zu mutig. Ich kann mal wissen, wie viele Leute ich jetzt wieder gerätzt habe. Hier ist dein Medi-Kick. Ich habe deine erste Hilfe für dich. Ich hab's erledigt. Hier ist dein Medi-Kick, Mann. Hier ist dein Medi-Kick. Ah, nein! Oh, fuck. Fuck dich doch. Das ist, wie gesagt, ich spiele vielleicht 3 Stunden, 4 Stunden. Kannste kann. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Wir haben gerade Einsatz für die Alpen. Nein! Die Leute, da müssen wir uns doch nichts gewählt haben. Aber irgendwie. Ich hab's ja gerade drunter gerannt. Was? Wann bin ich eigentlich da, ey? Ist das Sunny, der hier ruckbent? Wir haben immer noch. Wannig doch? Das war's. Der hier ruckbent. Nein. Also, nein. 사apautos. Wannig doch. Das sind die Hände. Also, das ist das. Das sind vier Leute. Das sind keine Chance. Hab ich mal erwischt? Nein, natürlich nicht. Verdammt, ich dachte, ich hätte ihn noch erwischt. Ah doch, Gesundheit 0. Also müssen wir beide erledigt haben. Fuck, ich hab nicht gesehen, dass das ein Gegner war. Ich hab nicht gesehen, dass das ein Gegner war. Der hat den gemessert. In dem Moment bin ich da gespawnt. Oh, fuck, ey. Nein, ich... Diese Scheiße. Lungs, wo wollte der hin? Die erste Hilfe ist unter dir. Nehm! Hol dir das Medi-Key. Die erste Hilfe ist unter dir. Nehm! Hier drüben ist deine erste Hilfe. Herhören! Einsatzziel Alpha ist jetzt unter unserer Kontrolle. Hör auf die erste, danke. Mir geht schon viel besser. Ich bin auf den Kit weg. Achtung, Achtung! Einsatzziel Echo ist verloren. Da ist dein Medi-Kit. Ich hab einen feindlichen Medi-Schutz genau erst durch deine Stellung gesichtet. Ach, verdammt! Ach, verdammt! Ach, verdammt! Ach, verdammt! Ach, verdammt! Ach, verdammt! Die sollte ich nicht, ähm... Der Ralf Tequila, ey! Siebenmal hat der mich schon gekillt. Ich will gar nicht gucken, wie es jetzt insgesamt steht. Ach, gut, der geht rein. Ach, verdammt! Ach, verdammt! Ach, verdammt! Kommt runter! Dreckt die Granate! Könige! Was ist denn hier? Schneider? Was ist klar? Aufwacht! Granate! Was? Oh, schon wieder dieser Ralf Tequila! Ich will nur noch mit den Kugeln aufbekommen! Da kommt es mal wieder zu. Aber die Musik kommt schon! Das war's! Oh, boah, boah, boah! Oh, das war wesentlich knabber! Operation Spinne Prober! Oh, boah! Ah, es war wesentlich Knabber! Tolle Pate! Yay, Beförderung! Private First Class 4 Sturmsoldat Sturmsoldat Sturmgewehre Handgranaten Conquest Ja schön 9 zu 24 Alter Schwede Und Ralf Tequila 26 zu 18 Ich geh in Arsch! Schreibt mir in die Kommentare Wie ich war, wie es gefallen hat Was ich besser machen kann Und ich hoffe wir sehen uns bei der nächsten Folge Let's play Battlefield 4 Multiplayer Bis dann, ciao!